nehmen Sie das Bahn System um an Sie heranzukommen ja hallo erstmal und willkommen hier auf meinem Kanal Spielewelt-Epo ich bin der Terrorbezogen gemeinsam mit Peter und mit Red Tiger den VIP-Einsatz Zoo wir haben auch eine Gruppe habe jetzt gar nicht so schnell geguckt was für eine Beuteverteilung gibt aber werden wir rauskriegen Maschinenpistole Maschinenpistole ja lassen wir uns überraschen wie es ausgeht Finger an den Abzug sagt er ja hab ich auch hier nicht zu kreis wir werden angegriffen es ist die Division alle alle los geht ihr wisst was ihr zu tun habt Prozent Materialien aber auch kein Lug ne Oh da ist schon der vierte drinnen Milanes 0 4 he ja ein gesundes neues Jahr würde ich auch noch mal wünschen an dieser Stelle ich wünsche euch das was ihr mir auch wünschen würdet also alles Gute nur ne viele Abonnenten oder wie war das ja viele Abonnenten viele Likes viele Empfehlungen eurer Seite so hier mal kurz Fasch Fasch zerschießen da läuft wieder einer vor der Nase abonnenten aber macht ja nix so Murmel raus da oben der Sniper wie lecker so der Sniper ist weg da oben okay kommt gerade die Kugel werfen da haben die ja noch mal Glück gehabt tschub 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 UMP Taktik Muni was gibt es hier Kampfhage so Viktor Moin ihr Suchtis Moin 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 wo es neu ist das wünsche gleichfalls kaum die Augen aus sind die schon wieder online hier immer die gleichs die waren auch gar nicht zu hahaha was schlafen was ist habt ihr noch nicht gepennt nö für eine Minute auf der Tastatur weiss he 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 nein ich bin klein aufgestanden bisschen gepennt haben wir auch schon so ey der Feuerwerk war echt gut gestern ich sprich raus mit nichts und stande mitten drin und hab den Idioten zugeguckt wie sie ihr Geld in die Luft gejagt ja ja das ist echt gut ne ne die 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 her so ein bisschen auf mich konzentriert naja aber typ und hammer typ das kannst du so dass so sind ja das bei mir der hameltyp für die einschienenbahn ist weiter hinten im park jetzt wird durch die tiefsee ausstellung heute morgen noch bisschen schwer vom begriff der logische denkung fängt im neujahr sowieso erst um 11 Uhr an ja so brandmusik hier nochmals irgendwo hier ich kann jetzt um irgendwie mit dem helikopter ist irgendwo hinfliegen zum kennenzulernen freigeschaltet für fünf tage und paar Stunden also für eine woche insgesamt ist freigeschaltet seit dienstag was habe ich davon eine exo waffe kannst du dir da holen wenn du alle missionen da wenn du alle missionen machst dann kriegst du als belohnung eine exo waffe ein gewehr die diamant klapper schlange ja dann mach ich das doch jetzt mal soll ich das alleine machen oder oder das kannst du auch alleine machen also ich habe es auch alleine hingekriegt es war ab und zu mal bisschen knifflig muss auch viel umher rennen von a nach b und paar kleine rätsel lösen oder wie auch immer und ich sag mal das geht man kann es alleine machen weiß ja je mehr Leute in der Gruppe sind um die mehr PC Gegner kommen aber ist machbar alleine ok ich bin ja jetzt ähm Rang 5 und mit dem 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 ja aber also auch muss ich sagen das haben sie cool gemacht hier mit dem Glaskumpel ja das schaut actually gleich aus ja jo Milana ist wieder hier so ein Roger oder was hier doch okay ich hab gar nicht meine Huch, ich muss mal kurz zurück immer noch meine Dings Pestilenz drin also hier die Hauptmission, Office, Haupteinsatz und das Pendabon ne ne, du musst zum Hubschrauber rein ja ja, ich bin beim Hubschrauber, hier hab ich jetzt 5 Sachen zur Auswahl ja, Candy College ah ja, hier, das mit Expedition, ok ah ja, ich bin ja für 5 Wochen ja, mein, Klapper Rainer, wie ist dein Status? Rainer, bitte kommen ich hatte einmal ein bisschen gespielt, aber dann haben sie wieder weggepackt also, mein, der Bruder ist es nicht, sag ich mal, das war vielleicht ganz gut gemeint, so kleine Spielerei, du musst hier ja ja, gib dir die Ziele vor, die du anschießen sollst, damit du mehr Damage machst aber, ne, so wie geil, dann hab ich's ja aber man hat sie erst, man kann sie sich an der Wand hängen und angucken genau, wie bei Destiny ja 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 Ja, ich hab das lange mit dem Spiel. Kleinsignaltransponder geortet. Zeige Startort an. So. Kleinsignaltransponder. Damit vergrößern die Outcasts. Wenn Sie das Gerät aufschalten, können Sie sich nicht mehr so gut koordinieren. Guten Morgen, Sabrina und ein frohes neues Jahr. Danke. Ja, ich hab's auch schon wieder passiert. Ja, ich hab's auch schon wieder passiert. Aber hier in die Dark Zone muss ich auch noch rein. Ja, ich hab's mir auch noch nicht aufgenommen. Da hätt's mir gestern reingehen können, da war schon leer, war nix los. Ah, okay. Ja gut, bei den Kennlärm-Missionen passiert ja eh nix. Ja, naja, gut, das stimmt. Da ist ja nix. Da ist ja nix. Ich weiß ja ungefähr ein bisschen was zukommt. Da hab ich ja auf der Playstation schon gespielt. Aber, äh... Also hier am PC, komischerweise, hab ich da noch nicht angerührt. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Ja, mein... Und hier die komischen Geheimaufträge. Die sind auch total komisch, ey, ey. Letztemal hab ich ja gesucht, wie gekloppt, nach den komischen Kisten. Na ja, ist ne schöne Rätselaufgaben, die Geheimaufträge fettig. So. 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 Geh zum Vogelhaus und sorg dafür, dass niemand zurückkommt. So, ich klinge mich jetzt erstmal nochmal aus, ich will jetzt erstmal kurz verstören. Bis später. Bis später. Alle aufgesammelt bei euch so? Ja, am Blick nur eins. Ja, Knäppi drücken, okay. Wer für Granate, dann werfe ich Murmel. Oh. Oh. Oh, da hätte ich da. Da kommt noch mal ein Wummel. Achtung Grasenmäher Traktor Da oben ist eine Ups, keine Munition mehr Raus Scharfschütze Oh, ich geh schon mal kurz Ein Rundgang machen mit einsammeln Bisschen Muni Ich hab gar keine Granate gewonnen So gehts auch, weg iste wenn es nicht anders geht, nehmen wir abwärts wartet mal kurz so haben uns mal kurz runter gezogen in aufnahme so insammeln auch ein kiste oder dann fand man vom material haben voll zum 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 naja wie das wieder eilig war nein ach so wegen im timer naja du brauchst die hochklären weil die landes kleidet ja nicht hoch mit zeit zum bluten hast du bei mir wird es angezeigt oder müssen wir vielleicht alle rein hat geklappt da ist hier einer mit dem hammer aufrecht ja Das ist weg. Schau! Ja, 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 ja. Sieg gut aus, sieg gut aus. So, auf, ich schnaufe die alle da? Ja. Wir sind in Position. Hat jemand was gesehen? Wollen wir den Dicken auch machen? Von mir aus. War mit den Glasscheiben, ne? Ja. Wollen wir den Glasscheiben? Waffenkiste noch nicht? Nein, nein, nein. So. So. Wenn er natürlich reinläuft, dann ist das Problem. muss er alleine sie wüsste nicht geportet also auch schon mal sind die alle vorgerannt und der war nie zu zweiter oben oder zu krass und ich habe mit den dingen allein und gegen den tod weil er sich schlecht meine stecher drohne gegen mich eingesetzt hat aber er looted hier auch mal ist auch schon auf dem weg wo wir gerade sind hat er schon freigeschossen das ist gut die kennern erkennt sich auch aus dann weiß er was wir vorhaben das ist gut jetzt läuft aber schon gleich dahin oder wir laufen an den Weg der ist hinter dir von dem Lose flüchtig nach rechts abbiegen sehen so joha der gibt es auch zup-zup-zup-zup-zup-zup-zup-zup-zup-zup-zup so schweil s auch hier lebensmittel wasser ist voll so um die politische So, die ist der Erkenntnis. Oh, das war's. Oh, ich bin mal kurz weg. Äh, ja. Ist er jetzt so kurz weg aus dem Discord oder aus der Gruppe? Das kann ich dir nicht sagen. Ich nehme an komplett weg. Na, mal sehen. Die wüsste ja erst mal noch nicht supportet, also. Ja, ja. Ja, ja, ja. Peng, 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 peng. Oh, man muss eben hier. Ja, ja, ja. Oh, man muss hier sein. Oh, man muss hier sein. Wir müssen was dagegen nennen. Achtung! Wir müssen von der Einschienenbahn! Schaltet sie ab! Hört mich jemand! Schaltet die verdammte Einschienenbahn ab! Verbreiter sind in der Seite auf! So, dann sind wir da. Wir sind schon mal ein kleines Stückchen voraus. Das sehe ich. Ich brauche ja nur noch ein Luder ins Handeln. Ist doch auch mal schön, oder? Hat was. Ich brauche ja nur noch. Ich brauche ja nur noch. Ich brauche ja nur noch. Ja, ein Gegner habt ihr mir üblich. Klasse! Joho! Ja! Na, dann bleib mal davon. Ich muss da noch ein bisschen auf die Länge vom Video achten. Wenn das nicht alles zu lang wird. Joho! Das müsste es sein. Versuchen Sie Isaac mit der Schalltafel zu koppeln. So. Koppelung. Peter, bist du heute wieder auf dem Laufband? Mhm. Ja. Ja, halt wieder der Laufband. Ich habe gesagt, aber am 1.1. werde ich versuchen, ein bisschen mehr Fitness und so. Ach so. Ach so. Als Agent muss man ja fit sein, ne? Ja. So ist es. Warte, falsche Richtung. So. Oh, abblendet. Aber das stimmt. Warte, nein. So ist es. Warte, nein! So. So und das ist ein Ziel. So, das ist ein Ziel. Ich bin jetzt im Ziel. Ich bin gerade noch an. So mit dem Motivation. Ich habe ihn nicht gesehen. Was ist das? so So. So bis hier kann man ja noch laufen, ja. Gleich wieder da kurz mal den T-Gab füllen. So, wieder da. So, 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 so. Ne, sonst stößt er jedes Mal am Ellbogen an und dann, ja, verrutscht die Maus, verziehst alles weiß. So. Sie kommen! Spreng den Tunnel! Sie kommen! Spreng den Tunnel! Also ich muss sagen, jedes Mal wenn ich aus der Bahn rausspring, ich sehe richtig gut aus. Wie elegant. Ja. Ne? Richtig. Die wollten nichts dem Zufall überlassen. Aber sie sind an den Barrikaden vorbei. Den Rest schaffen sie auch zu Fuß. Sie kommen damit weg. Und dann wieder auf der Bahn raus. Ja. Stimmt. Die Transporte. Stimmt. 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 Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Einer will uns umlaufen, aber da gehe ich mal hoch. Oh, oh, oh. So, mal gleich hier reingehen, ich habe ja auch noch eine Waffenkiste oder Bekleidungskiste. Handschuhe. Was ist denn da los? Wo liegt der denn, da unten? Ach der ist in. Ein Agent hat ihre Gruppe verlassen. Der ist rausgegangen. War nicht schnell genug oder? Nimm mich an. Dann machen wir es zu dritt, fertig. Jo. Na, wo ist er? Oh. 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 Wo? diese lämmchen die haben bestimmt auch was zu sagen oder sind vielleicht auch mit voll was haben wir noch hier machen ein weiterer agent hat sich ihre kraft haben auch liegen lassen aber ich muss doch mal kurz ausmisten ganzen ganzen mps rausschmeißen die jetzt eingesammelt habe ist natürlich ärgerlich dabei war meine tasche leer und er ist jetzt schon viel jahr voll das ist nicht schön weggeschmissenes weggeschmissenes geld 73 euro naja das müssen wir mal liegen was aber einige an denkt dran hebt der gute auf für nachher ja ich habe ja um so meine favoriten muss erstmal alles weg sprachstoff entdeckt da hätten wir mal reingucken und kaffee noch mal reinschauen da sind wir auch noch mal klamottenkisten weiter werdet es denn da wieder eilig noch der andere der mieter ich wollte sagen ich nicht ich stehe noch davor wer stellt uns beim kaffee trinken ehrlich mal bei der schönen geschilderten morgen einsatz leute den sprang satz nimmt er nicht mit Ja, wir pullen ja auch damit, weißt der Klinik auch viele die jetzt schon mal so durchgespielt haben aber nicht alleine oder nicht wissen wie alles funktioniert Kuppel gemacht haben soll das mitläufe das so her sofortige medizinische Hilfe erforderlich wo bist du kein Thema ich habe kommen jetzt kaputt wieder hier aber er funktioniert nicht warum auch immer dass ich komm mal rum sicherheit Deckung ist nicht oben beim Eingang gegen zwei Brandteufel hast du nichts aufzurichten jetzt sind wir auf breitiger angewiesen ich komme gleich die Rehe dort hat er das Sturmgewehr von oben ja Mika ist ebenfalls dauernd Mika schmacht gerade hier Tonstopp geht nicht Ja. Aua. Muss ich mal kurz... Röstung. Ja, gegen zwei Feuerteusen, wenn sie denn noch von da oben ballert, dann hast du wirklich echt keine Schärfe mehr. Moment. Huch. Schon wieder. Hoch, hoch, hoch. Uff. Also heute haben sie ab dem Feuerteufel hier. Scheiße. Na los, töte mich, wenn du dich traust. Wo bist du? Ah, da unten. Ich hänge an diesem komischen Palettenstab hingegen fest. Ah. Es lauft doch beide weiter. Wie? Fertig. Ah, er hat bestimmt gedacht, du machst, und er hat gedacht, er macht, siehst du? Danke. Ja. Kommt sie jetzt runter, oder? War das jetzt schon falsch? Ja, er steht da. Doch, richtig. Was ist denn das? Ist auch doof, sagt er. Wieder belieber Schock hier umher packt, weißt du? Ah, dies macht mir nicht gekriegt, du böse. Feuer. Selbstmörder. Ja. Boah. Der steht hinter dem Stein, ganz klasse. Wo? Jo. Agent an Boden. Wo kommt sie? Wo ist er? P-Date, da? Hier oben. Der steht in der Ecke. Ja, ich mache jetzt. Ja, ja. Hinter mir. Oder unten müssen. Ich bin zwar hinter ihm, aber ich komme vor. Alles gut. Jetzt kommen wir vor. Jetzt kommen wir vor. Dürfte passiert sein, nicht? Ja. Gut. Echo in der Nähe entdeckt. Alter, alter, alter. Aber doch die Wiederbeleber wieder nicht funktionieren, das ist doch. Und ja, diesmal habe ich sie auch wirklich drinnen. Und nicht die falsche, wo ich dachte, oh, das funktioniert ja gar nicht. Du weißt ja, ich habe sie eigentlich immer dabei. Ja. Nur das Holz ist ja, den Rest da ist mir draußen. Ich wollte gerade mir die Nase putzen, wo ich das Mikro noch offen hatte. Ich glaube, das wäre nicht so gut. Das hätte ordentlich geschnaubt, ja. Ja. Muss man jetzt echt schon wieder seine... Ja, gut. Müssen wir alle unten rein? Nein, das ist ja verstorben. Reicht, wenn einer guckt. Was für eine Verschwendung. Sie hätte so viel Gutes bewirken können. So viele Leben retten können. Aber sie hatte sogar recht. Ihr Tod ist nicht das Ende der Outcasts. Wahrscheinlich machen sie uns erstmal noch mehr Probleme. Aber ohne ihre Führung werden sie sich irgendwann zerstreuen. Was für eine Verschwendung. Ja, ich glaube, das war es ja. Oh, 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 oh. Na, 46 Minuten gebraucht. Oh, war eine lange Lunge. Ein Agent hat ihre Gruppe verlasen. Aber so lang ist er halt die Mission, ne? Oh, ja. Ist ja eine der längsten, die man so kennt hier. Ja. Ja, das soll es gewesen sein für heute. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Abonniert den Kanal, wenn ich es noch nicht gemacht habe und in diesem Sinne sagen wir três Mal Bye Bye. Ciao, tschüss.